Die Gastronomie in Zypern atmet auf. Die strengen Corona-Einschränkungen sind aufgehoben. Bars, Restaurants und Tavernen dürfen wieder ihre Innenbereiche öffnen. Die Lokale füllten sich schnell, wie hier in der Baristro-Bar in einem Vorort der Hauptstadt Nicosia. Inhaber Nikolas ist zufrieden. Das öffentliche Leben ist wieder aus einer Starre erwacht und die Menschen verstehen, dass es okay ist, wieder auszugehen. Ich glaube, dass jetzt alles normal weitergeht. Die Leute kommen wieder. Das ist gut so. Der Lockdown hat manche stärker getroffen als andere. Wir haben eine neue Saison. Ich hoffe, dass im Oktober keine neuen Einschränkungen kommen. Bar- und Restaurantbesucher müssen allerdings den sogenannten Safe Pass vorlegen. Ein Nachweis, der entweder eine vollständige Impfung bestätigt, beziehungsweise eine Genesung von einer Covid-19-Infektion oder einen höchstens 72 Stunden alten negativen Corona-Test. Noch gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 0.30 Uhr bis 5 Uhr. Ab dem 10. Juni fällt auch diese Auflage weg. Dann hofft man, dass wieder mehr Urlauber ins Land kommen und sich der Tourismussektor langsam erholt. Ich responde. Vielen Dank.